Ja, der Stream ist an. Ob ich live bin, weiß ich nicht. Was? Was? Wie ist das? Anscheinend bin ich noch nicht live. Ich bin anscheinend noch nicht live, so wie ich es hier angezeigt werde. Ah doch, doch bin ich. Ich bin live. Was? Ja, warte mal. Ich habe fünf. Von dir? Nein. Dann gehe ich kurz. Trafu verlassen. Trafafufa. Fein bist du in meinem Stream, weil einer in meinem Streaml? Ah ne, das bin ich bestimmt selber, weil ich eben einen Streaml mache. Bist du in meinem Stream? Ne. Jetzt ist keiner mehr im Stream. Keine Ahnung. Was ist das? Nein, man hört dich nicht, man hört dich nicht. Ich muss dir beitreten und dann Gruppenchat oder Spielchat. Ich muss dir beitreten um ganz schön zu schlagen. Ich habe dir von meinen, hätte ich jetzt gehört in dem Moment. Oh mein Gott. Ich habe dich schon vor, meinen, hätte ich jetzt gehört in dem Moment. So, ja, da legt mich jemand ein, namens Donkopf, der von Donkopf. Ja! Warum kann ich den Scheibe da peter? Ja, da legt mich jemand ein, namens Donkopf, der von Donkopf. Ja, aber ich kann dir nicht beitreten, weil der steht, aha, da steht nur Gruppe 1, schmaben. Man, im Stream hört man mich doppelt. 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 Okay. Ja! Fynn? Hallo? Fynn? Fynn? Luk? Luka? Ja! Ja! Ah nein! Ja! Luca! Ah jetzt! Luca! Ah jetzt! Luca! Ah ja! Luca! 45, keine Ahnung, was steht jetzt bei mir. Dann geh mal Sprachchat, dann musst du runter, da steht dann entweder Push the Talk oder ein offenes Mikrofon und dann musst du ein offenes Mikrofon. Hallo? Hallo? Ja? Ja, okay, man hört dich im Stream. Nice! Gut! Jetzt kommt dann das Stream an, du so richtig spät an. Oh mein Gott! Ah jetzt hat mir, ähm, wo wir noch in der Schule waren, vorgeschlagen, warum sag ich sein Name überhaupt mit dem Stream, dass wir eine Challenge machen sollen. Wer? Ah jetzt! Äh? Kennt er deinen Account? Nein. Der hat gesagt, wir beide sollen eine Challenge machen. Jetzt hab ich hier einen Kasten, hab Tablette reingemacht, wo jede Stadt draufsteht. Och nee! Ja, doch! Och nee! Ich weiß schon, was jetzt kommt, Digga! Rausziehen und statt, statt landen. Oh, aber wenn Stark Industries, Digga, ich riss so aus. Ja, das ist halt... Und, ähm, aber danach können wir auch mal, ähm, zufällige Spitzsacken-Challenge machen. Wenn du willst. Wenn du willst. Also, du rüllst dir so, so richtig typische, äh, Dinge draus. Weiß ich. Was du nach Spitzsacken-Favorite hab ich schon gemacht. Episch-Legende. Grün. Hab ich auch ne blaue Farbe. Ja, okay. Aber jetzt mach ich noch nicht zu viele gespitzsacken-Challenge. Ah, jetzt hab ich... Alter! So, dann müssen wir natürlich auch auf diese Mode schalten. Der Flo. Der Crow. Der Luca. Der Luca. Der Luca. Der Luca. Der Luca, ja! Moin, moin, Leute! Moin, Leute, schön, was hier? Guck mal, wie gut ich tanzen kann. Schau dir mal den Luca an, wie der Luca tanzen kann. Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt mit einem Luca. Stahlporn! Och, nicht Lian! Du bist stahlporn! Du bist stahlporn! Stahlporn! Ja? Und hört den jetzt so ins Streamen. Stahlporn! 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 Du bist raus! Du bist raus! Du bist raus! Weil ich gerade noch raus! Das ist so an, als wäre ich gerade so übertrieben. Äh, irgendwie die Kraft vor Probe oder so. Wir haben... Dein Internet ist scheiße! Please! Please! Please, Lian! Mein Internet! Mein Internet, Luca! Nein! Lian sein Internet! Achso, und deshalb schlägt er jetzt sein Tablet gegen den Tisch. Was macht der da? Ey, Lian! Wer hat dich denn alles abonniert? Beste Lian! Weiß ich nicht! Beste Lian! Ich muss mein Headset kurz rausziehen, ne? Ja! Boah! Machst du mal los, der Lian! Krasse, coole raus! Wenigst kann ich jetzt noch kurz kurz das Schlimm sein. Ui, da kam noch ein Faktor komplett ab! Luka, Luca, Luca, Luca! Tape, Luca, 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 Luca! Ja Ly, 10. Komm, lass Holli! Jetzt will ich an den Stream gucken, ey. Die Leute machen erstmal eine Einspielrunde und danach gucken wirycz mal auf die Channel. eigentlich haben wir keine 1 gespielt klein wenig aus so erstmal wir haben erst mein kraft gespielt habe ich mit marina ganz spiel gespielt ist wirklich der größte der ganzen jetzt wird man hier ein bb spielzeug in stream das ist so peinlich den gegner haben lassen wird man nicht gucken beim fernsehen trügen da kannst du mich auch gucken ich zeig dir gleich wie okay endlich ist der weg alter ja ich habe 51 ich habe 50 50 51 so kann man zählen kannst du mich kurz beschützen ich komme gleich wieder ich bin torwart ja ich komme es war kein potter das ist das für ein spielzeug junge das spielzeug laber irgendwas hätte ich dieses spielzeug ich würde schreit aus meinem zimmer und das ist einfach so mitten in der nacht angeht und los ich habe jetzt noch nicht auf der kiste und man kann man stellen gott ich habe es mich liefern Mann, ich will jetzt auch noch zu dumm zum Auge kommen. Ich laufe lieber. Damit das hier nicht alles im Chaos handelt. Kannst du mal nur es mal gehen. Nun kann ich schieß jetzt ein Tor. Oh mein Gott! Vorm Pfosten ins Tor! Ich bin der Beste. Ich bin Cristiano Ronaldo. Cristiano, Katz, Salno. Hä? Das ist ja gut. Gut, ich hab. Jetzt bist du nicht mehr geschützt. Na, ist halt mal in der Kipp. Dann einfach her. Dann zähle ich dich jetzt in die Bulli rein. Genau. Der Kippschrank muss weg. Das sind Mühe hier. Die ganze Einrichtung ist noch scheiße. Mal. Oh nein, mein Hüttchen. Du musst nicht was tun, alles gut. Oh nein. Oh nein. Boah, jetzt bleibt der 10.000. Ich bin wieder da. Oh. Nun guckt der jetzt ins Stream. Ja. Was? Hat man nicht gehört, wo du gerade gelabert hast? Hat man nicht gehört, wo du gelabert hast? Also ich hab dich nicht gehört. In Stream hat man dich wahrscheinlich gerade gehört, wo du gerade gelabert hast. Wenn du jetzt 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 gerade gelabert hast. Werd' ja mich? Frag ihn mal. Versteck ihn schützt. Ja. Ich bin jetzt... Mit, mit mit. Ich bin jetzt... Mit. Wie. Luca? Ne. Ne. Lian. Ich muss dir was sagen. Lucanto. Ihr seid Geschwister. Hä? Er beruft dich gerade. Süchtigere Frank. Ich mich nicht. Hey. Ich kann nicht zu dir rennen. Ja. Finn kann dich nicht hören, Alter. Du guckst den Stream und denkst so... Oha-Zone kommt. Hey, wer? Ich kann nicht bescheuert. Hast du irgendwelche Zorgen? Wui. Wui. Das sind hier noch Rift. Ähm. 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 Ich so gerade. Lian. Und er so. Was? Weil ich den Stream Lian gesagt hab. Ah. Oh, bin ich flört. Das muss noch kurz weg. Das ist so ein. Wir bauen uns jetzt einfach da rein. Schau mal da ran. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüü. Du bist ein kleiner Zorn. Hä? 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 Was? Das sind die Leute hier. Wie ich den wegkriegst. Siehst du den roten da unten, Lian? Das sind kleine, äh, Roboter. Die gerne manchen essen. ich bin 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 ich habe ein Problem damit das ist ein Gegner ich hab den Fass der ist so scheiße low ne wie bist du los hast du nicht? nee da hab ich glaub ich grad so ein Maid der denkt sich gerade auch nur so jetzt kann ich meinen Held den Maid so heilen Mann ich hab den so low geschossen und so der war meiner aber dafür ist hier ein Jutschpack für dich Pian ich musste gerade leeren hier hab ich den Minigang die Minigang ich bin schon lecker was denn immer noch muss die Minigang was kann ich den eigentlich abziehen die Minigang oh nein die ankommt, die ankommt, die ankommt, die ankommt ich will auch noch was ich baue, Alter mach da hin, Fischi, du musst ihn umbringen na, ich muss Fischi jetzt umbringen na, ich muss Fischi jetzt umbringen fade, fisch, belade, der eine öfterschen weg, denn alter WTF boah, ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich bin so schlecht das ist ja mein Omi besser ein Fortnite, Alter als du, oder? ja, okay, ich glaube scheiße noch von den anderen, weil der mir einen schönen Pampit gegeben hat scheinbar Schokolade erstmal alles geil meine Minig alles meins meine Minig ich wollte sagen, meine Medikits ich hebe Bandys auf und sage, meine Medikits wahrscheinlich, man kann auch 15 Medikits in sein Inventar haben das geht auch so geil Alka, diese Minidrohne hat gerade die Waffe mitgenommen die steht auf dem Boden, die ist voll warm die ist so geil diese Minidrohne da nehmen einfach unsere Waffen weg, ey der hat sie mitgenommen wie gemein ist der irgendwie nicht die liegen gehoffen und die nehmen die dann einfach nicht er hat keine Finger mehr ohne kommt das ist auch egal das ist egal, rein weg oder unten ist ein Brot oh nee, das weg, ey Brot, ein Toastbrot Toastbrot Toastbrot, Filian, gekocht Toastbrot ist tot Toastbrot ist tot Untertitelung des ZDF, 2020 Hey. Okay. Was machst du denn da hin? Krass, mal wieder. Man hört die, man hat die doch schon die ganze Zeit gehört. Ja, dann rede mal die ganze Zeit. Dann rede mal die ganze Zeit. Dann rede mal die ganze Zeit. Nein, man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Okay, da muss ich erst mal deine Pfiti kommen. Deine Pfiti. Ja. Von Golden in Tony Stark. Fuck. Ich tue bei schon, dass es immer noch den Stream kommt. Ach stimmt. Ja, einfach so mit einer Fernbedienung Fortnite spielen. Ich kenn die gleich. Das ist ein Stream, oder? Ja. Aber bei mir steht trotzdem, dass Nullen im Stream sind. Ja. Wir waren noch nicht zusammen in der Gruppe. Ja. Also hört man mich jetzt im Stream? Keine Ahnung. Ich guck jetzt auf mein Handy nachher, anstatt nochmal darüber zu gehen. Luca, Luca. Ah ja, man hört mich. Ja, man hört mich. Ja, man hört mich. Das war... Beste Ere. Einfach mich erschrecken und dann das Kabel von der Playstation. Das hat weh. Das hat weh. Das hat weh. Das hat weh. Was ist die Playstation? Was ist die Playstation denkt? Das hat weh. Das hat weh. Das hat weh. Ich hab so Schmerzen. So sch... Kaka weh. Kaka weh. Was ist das Kabel denn? Warum soll ich kommen? Na, was denn? Warum? Ja. Luca, Luca, Luca. Das hat weh. Ich hab so Schmerzen. So Schmerzen. Das hat weh. Das hat weh. Das hat weh. Das hat weh. Ich hab so Schmerzen. So Schmerzen. Das hat weh. Das hat weh. Das hat weh. Das hat weh. Wasserfall? Da gibt's ein... Da gibt's ein Country, ne? Das heißt einfach Wasserfall, weil da ganz viel Wasser spritzt. Ich hab grad von irgendwen ne Einladung bekommen, Alter. Oh, man hört mich jetzt streamen, ne? Ja. Wasserball. Den hab ich ne Einladung bekommen. Ja, es ist keiner streamen. Deswegen schon ein Abonnent dazu. Oder warte, ich geh kurz nochmal rüber, ne? Und gucke, ob er mich abonnieren kann da drüben. What? Uh, da war's. Ich hab solche Schmerzen. Abonniert Luca. Abonniert Luca. Abonniert Luca. Abonniert Luca. Abonniert Luca. Abonniert, abonniert, los. Abonniert Luca, 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 Luca. Abonniert jetzt Luca, sonst äh... Sonst kommt ein Riesenspinne zu euch ins Bett. Und dann wird's ungemütlich. Abonniert Luca, sonst kommt eine Riesenspinne. Wenn ihr in den nächsten 4,4 Sekunden das Video like und den Kanal abonniert, dann kommt ein riesengroßes Fleisch fressendes Monster an oder so. Jaaaa und das wird dann nicht so unangenehm. Ich kann ja nicht mal mit Deutsch reden, Alter. Das wird dann nicht angenehm. Luca ist grad weg. Da, Manni. Hä? Was soll man da noch weiter wissen? Wie creepy ist das? WTF? Boah, Junge, das mach ich lieber weg, das Creep. Creepo, 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 Creepo. Creepa. Bestdeutsch. Hiu. Kann man? Was? Kann man? Aber ihr? Das wird dann nicht angezeigt erst, also glaub ich nicht. Hm, das hat weh. Pian hat so Schmerzen, soll ich Schmerzen, das habe. Hm, das hat weh. Pian hat solche Schmerzen, soll ich Schmerzen, das habe. Luca? Hm? Warum hast du einen Schuss? Ja, okay, dann spielen wir jetzt. Dann spielen wir's halt. Ja, dann spielen wir's halt. Dann spielen wir's halt. Ja, dann spielen wir's halt. Ich weiß noch, du, einen Schuss oder One-Shot oder One-Shot, wo wir so rasiert haben. Erste Runde win. Ist so. Oder nein, wo wir dann die ganze Zeit mit diesen Hüpfchen-Motor auf dieser einen Dingens gehüpft sind. Auf dieser einen Wand. Dann wurden wir gesniped. So, ich ziehe und ziehe und kacke in meine Hose. Und wir landen bei Misty Meadows. Der Stream ist an und du. Ich ziehe und kacke mir in die Hose. Wicht her? Wicht her, warum? Wicht her, warum? Nein, das mache ich nicht. Das war nur ein Spaß. Wir müssen bei Misty Meadows landen. Hättest du so eine Facecanner hätten, die es testen können. Ob das wirklich also gucken können, ob das... Lian? Ne, so, Lian, hast du Kacke in der Hose? Nein. Doch. Ich habe jetzt nicht Lian gesagt, sondern Lian. Oh, Scheiße. Man hört mich. Luca? Ja. Ich laber so die ganze Zeit, man hört... Ey, ich laber so die ganze Zeit und man hört mich einfach hier im Chat, alter. Ach so heilige Scheiße. So dumm. Ja, lass dir erstmal stimmen, okay? Ja. Das wäre nicht so schön, wenn die jetzt im Stream gehen sind. So, wir müssen... Alter, wir müssen Misty landen. Ja, weiß ich. Ah, jetzt hast du deine Challenge. So. Wicht der überhaupt dein Account? Ja. Hat er dich abonnt? Keine Ahnung. Lock aktiviert. Keine Ahnung. Wenn nicht eiert, muss das in den nächsten 4,44 Sekunden machen. Sonst gibt's Stress mit den... Boah, Mann. Ja. Er hat nicht mal ein Stream. Ja, aber wenn er jetzt streamen dann irgendwann mal guckt. Aber er hat ja jetzt noch 4 Sekunden Zeit, also... 3, er kommt ins Stream und abonniert trotzdem. 2... 2... 1... Und nein, jetzt gehst du ja gar mit den Werken. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich hab ne Waffe. Geh weg. Geh weg. Das muss ich weggehen. Jetzt bloß ich mich verarschsen. Ich muss mich weggehen. Jetzt bloß ich Informationen verarschsen. Da wirst du wohl... Ich bin hier. Ich bin da. Ich bin da. Ich muss mich nicht nennen. Sorry, nein, warte, nein! Oh, denn, zum Glück hatte ich denustom preferen Indie. Warum? sie das sehen wir dann hast du gesagt dass das aber ich habe mich was meine mutter immer sagt glaube ich nicht ja nun mal sie hat youtube weil er hat auch meinen kanal den einen habe ich noch gekillt und da war ich tot in der kurzen zwei zeit nur zwei und jetzt durchziehen noch mal start industrie ist nein 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 wir gehen da nicht hin also jedes mit boss das lege ich einfach raus es gibt da nur eins mit beiden die zwei mit boss gibt es wirklich web das ist immer besser die 2 die zweite stadt misty daneben sloppy damit dann noch ein swiki ziehen oder was er sagt er gesagt holly holly und whipping kommen wir auch noch danach ziel vor tila tv tila ist ja auch noch da ist meine eltern vor mir schlafen haben die stadt hallo 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 deutsche monstern lasst den stunden weiß warum vielleicht auch ein neues genannt überwenden ja tschüss du hast du beide gestimmt? ja wir müssen noch so gut ja markiert und wohin nicht mal Leuchtturm also ja vielleicht will er gar nicht dass man seine Stimme verwendet und dann im Stream ist schon zu spät ja Pesch Pesch dann wirst du deine Stimme verwendet Jukkan wenn wir Fortnite aufgenommen haben oder gestreamt dann wenn du willst müssen wir auch noch Minecraft streamen weißt was doof wird man kann in einen streamen weißt du was ich doof finde in einen stream kann man nicht aufs andere spiel wechseln damit man danach direkt in den stream noch das das finde ich voll doof wenn wir als Minecraft starten würde das würde der stream ausgehen ja neul Standardskill hat auch hat aber auch äh in Fortnite gezockt und hat dann auf Youtube gewechselt ja bei mir geht das nicht vor allen Dingen auf der Playstation kann man glaube ich gar keine Youtube das ist so dumm als dieses Slurpdingerabbau weil das gar nichts bringen weiß ich mal kriegt kein Filter ist so oh hier ist direkt eine Heavy die gucken jetzt sowas guckt ihr mir zu ich werde es nicht vergessen wo sind die überhaupt gelandet bro und warum sind da überhaupt Gegner gelandet das ist die größere Frage für mich gerade warum da überhaupt Gegner gelandet sind warum man fragt sich warum und dann antwortest du ähhh und dann antwortest du äh du bist doof das antwortest du ich habe sie auch was wir haben was tut weh ich knacke ich briss an eure genicke habt ihr verstanden wenn die nicht abonniere abonniert luka und wums und sind auch abonnier wenn ihr die schalke fern nur ja schalke hat dortmund und schalke sind die einzigen die gestern beim spiel verkackt haben dortmund ja schalke und dortmund haben gestern gestern heilige dortmund schafft das in köln nie gespielt gegen bayern der neuen bundesliga ding und haben die erst zweimal verloren kennst du dieses tiktok wo immer schalke das einzige was er sagt zweite bundesliga zweite bundesliga er sagt nur zweite bundesliga aber schalke war so gut und jetzt auf einmal so da sind halt so viele gewechselt hündler war da oder hundtelar keine ahnung und mann sonst wären wir jetzt werden alle von denen noch bei uns dann werden wir glaube ich vielleicht sogar bleibt eins weil lewandowski bei uns die wand aus geht es nur wegen lewandowski gewinnt bayern überhaupt die ganze zeit ich habe in der hand die auf karte auf einmal wird es gebläst war wie hoch man damit aber nie wollen wir zählen ich habe auch noch so dumm in diesem modus soll man da so schön bleibt in den wohnen jetzt bin ich natürlich hängen geblieben genau aber wenigstens bekommt man kein fall schaden also meine karte kannst du schon mal nicht mehr holen ach du heilige scheiß was sind das denn für leute nur weil unsere anderen so schlimm sind das ist einfach von maxify geholt alter das ist halt wirklich maxify alter das ist aber nicht so wenig weiß ich aber ff einfach der maxi auch hasen skin maxify 2.0 einfach auch hasen skin hätte es so dumm er geht ins netto und schossen hatten rucksack wo draufsteht nicht snipen ja man soll oder man soll nicht zielen weil dann viel färber drauf ist ist so er hat zwar eben selber gezielt man was ist mit dem will jetzt jemanden los wenn da jetzt irgendjemand trifft wenn der rennen schießt ne dann ok hat er nicht ok wieder und gegner schießen wieder wenn der dinge weil er eine klinik ist aber sie waren platz elf ja ich guckte jetzt weiter zu er guck mal da liegt man es mal so ein freund kommt gerade zu erinnig hat aber ich werde ihn jetzt weiter zuuchen nach schuldigung leute bitte nicht abschalten aber wir müssen schwuppere Das ist einfach nur Trimax. Mit Sniper. Aber Trimax sind immer flüchtig. Nicht immer. Alter, was denn da passiert jetzt? Wie weit fliegen die? Er hat nur noch einen Grabschuss. Da brauchst du ihn. In Holly sind safe noch Gegner, Alter. Gerade wo du sagst, ja, wir Trimax sind immer Fischi steht in Chat. Fischi wurde getötet. Guck, Gegner ist hinter ihnen. Ich guck den Hasen zu. Und du? Ich auch. Aber hinter ihm war gerade lecker. Wie viele Hasen gibt es? Der hat nämlich die Spitzhacke von M. Team. Wie findet er die Habgewehr? Boah. Der andere nimmt das einfach. Ja. Ja, okay. Ja, zwei legendäre. Also, äh. Ich will ihr Leben noch 14. Denkst du die gewinn? Denkst du die gewinn? Hm, ja. So. Natürlich Platz 11 und das Leben noch 14. Das ergibt doch Sinn. Wenn wir Teams spielen. Stimmt. Also haben wir noch mal eine bessere Platzierung als wir bekommen hätten. Ja. Ich hatte jetzt 222 Stufen. Ähm. Ich sag das mal lieber nicht. Ah! 22 Jahre alt. Haha. Und ist so gut in snipen. Ah, ja. Verbot gerade jemand. Ja, okay. Er hat den Erfschutz gebrochen. Ja, okay. Ja, okay. Äh. 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 Okay. Das war kein Headshot, ne? Ja, tanz ruhig, Alter. Ich hab das Gesicht gerade von den Haaren geguckt, als Maul. Haha. Ja, weil es so gerufen hat. Ja, weil es so gerufen hat. Niii. Als Maul. Haha. Als Maul. Hey, da ist Alter. Das war so knapp. Das war so knapp. Der Erfschutz war jetzt nicht knapp. Der Erfschutz war knapp. Mal irgendwann mit Harpune. Oh, ne mit Harpune. Oh, wie ehrenlos. Oh, wie ehrenlos. Oh, wie ehrenlos. Oh, wie ehrenlos. Oh mein Gott. Lass gleich auch mit Harpune spielen. Oh, wow. Man sagt so, wie ehrenlos, ehrenlos. Lass gleich auch mit Harpune spielen. Okay. Der hat's. Schau mal Hulk in Rainbow. Ich zieh schon mal für uns die nächste Stadt, ne? Hm. Ah, ja. Genau da, wo die gerade sind. Also ein Gefährder. Tyruins. 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 Ja, wir müssen Tyruins verhanden, ne? Tyruins. Okay. Noch zwei Gegner. Wer wird... Was ist grad... Nachgesehen? Hat der nicht gemacht? Ah, jetzt sind da auch noch Harpune. Mhm. Hi, bruh. Zwei Stunden später editiert immer noch nicht. Da kann ja ich sogar besser editieren. Okay, jetzt kriegt der es auf einmal hin. Endlich. Was macht der? Er braucht fünf Jahre, um eine Wand zu editieren. Und wir erst mal flexen. Schafft's komplett nicht. Und dann auch noch mitten in Streamy Pie. Nein. Oh mein Gott. Okay. 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 Jetzt hier bitte ich wieder weit. Einfach schon. Epischer Sie. Ist der eine jetzt in der Sonne gestorben oder was? Nein, der Maid hat beide geklärt. Okay, ja. Wir müssen bei Tarawans landen. Also landen ja mal haua. Weihau. Hi. Bereit machen. So kommt wieder an der Stange geraucht. Du meinst am Stock. Eine Stockstange. Sock. Das ist eine Stange. Wollt ihr das machen? Das hört sich an wie jeden Stock. Nein, ist eine Stange. Ich muss noch eine rauchen. Was? jetzt wäre so dumm jetzt nur unnötig wenn du denn im stream während du so ich muss mal gott seine rauch ist aber nur ist hier im stream ich guck mal okay die Allianen guckt immer noch den stream hallo ja ich bin nicht bei mir steht immer noch Spielzeit Hallo 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 Wir müssen bei Trolllands landen Ja ich war gerade in der Runde Mann Deshalb habe ich dich nicht gehört Warum hast du in der Runde? Keine Ahnung Rolex Dann jetzt bei Rolex 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 Ich liebe ihn jetzt schon fast eine Stunde Verbindung konnte nicht ver- Ich will kurz spät Ich will kurz spät Ich will kurz spät Ah meine Kinder Wir haben 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 Ich will Ich will Ich will Ja Und ich mache meine Baybestimmung Okay? Und dann verarschen wir Leute Ja, alle glauben mir wenn ich so mache Hallo? Ich bin... Tim. Ich bin fünf. Na, ich hab eben so gemacht. Hallo? Und dann sagt er so, ja, hallo. Und ich so. Ich bin die Leute, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Was hat er dann gesagt? Ich wusste, da ist mir kein kleines Klimp, das haben wir vorher gesagt. Oh, wie süß. Echt jetzt? Hm. Und dann tust du so, als wärst du mein Bruder, okay? Was? Oh, nein. Ich kann keine Rollen spielen. Ah! Du sagst einfach, hi, was geht, Bruder? Oh, es geht mal, es geht, Bananagang. Oh, was Lia denkt. Hello, darkness, wildfire. Ich bin doch dein Bruder. Oh, was ist denn das? Wo ist denn das? Da sind wir los? Ich bin hier. Oh, ja. Oh, ja, das geht. Ich bin mit dir. Na, gore. Na, gore. Anno. Na, gore. Oh, gore. Oh, ja. Ich bin hier. ja bist du dich ja bin 14 und du über sieben direkt als die fuhr von ein bisschen eltern und wenn sie wollen was ist dein problem okay also mein problem ja mein gott ist das ganze welt wir machen alle nur kommt direkt auf den berg da sind aber viel mehr gegner da unten nein weil der post schmiedert jetzt weg ist ja okay danke bist du ja ich bin und die aber keine und die skit gerade an also ich habe keine und die skale hast du aber ein kann ja habe ich viele tänze sehr viele tänze dann zeigt mir doch gleich zahnseide ja den habe ich jetzt nicht guck du bist kein fahrer und wie du bist ein pk ja die leute sind coole leute und sowas nicht gut du bist eine frechheit für ganz fort ich schick mein Leben gut kriegst dein Leben ja ich kann auch immer noch schön das ist mein Problem der brauchst du ein Arzt oder so ja ich bin ja und das ist offen die Gasein lassen bevor ich in deinem Mund fixe du die Gute so mit dem jetzt so er so er so ich bin ein weiter zu Nein, nicht so. Mach doch nicht mein Problem. Ah, hier ist einer. So kann ich ja, der ist in der Augen. Ich bin nur ein Harry-Schneider. Die Scheiße, die ich hier aus dem Kuss bekommen, kriege ich mir einfach gar nichts. Und mich mal jemanden zu beendet. Ich habe mich schon wieder eingesetzt. Man fragt sich, warum? F.C.B. tut nur noch weiter. Okay, Papa, tut nur noch weiter. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin der Gegner. Ich schreibe dir nicht easy. So, das ist ein 2. So, das sind 3. Junge, ja. Ich mache jetzt weiter. Du musst jetzt als Bruder machen, Mann. Ja, okay. Aber erst mal rede, ich heißt nicht um die Reaktion von... Ich rede aber erst nicht, damit ich die Reaktion von denen finde. Reaktion. Finde, genau. Ja, aber der dachte, ich werde nicht sieben. Und machen. Einfach so, du hast dich aber ein bisschen älter an. Und du so, ich bin sieben. Ja, okay. Ja, ich bin richtig 1,524. Bitte. Einmal bitte ich zu. Machst du mal so. Jemand so, macht Stimmverzeihre raus. Auf Playstation gibt es keinen Stimmverzeihre. Er dann so, ja, das wusste ich. Das sind so Leute, denen das so peinlich ist, Alter. Ist so. Ah! Was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Wow. Finn? Ja, okay. Verlassen. Ich denke mir so, äh, wie wollen wir das machen, wenn nicht mal jemand in unserem Team ist? FCB tut nur noch weh. Tanz auf jeder Treppe. So, wo landen wir jetzt? Was ist das bitte? Nein, da landen wir definitiv nicht in Salty Springs. Doch. Okay. Nein, machen wir nicht. Okay. Dann zieh ich nochmal. Das heißt, heute nehmen wir einfach. Okay, ich hab jetzt nochmal gezogen. Sollte ich springen. Nicht dein Ernst. Doch. Nochmal. Also, oh. Ich hatte zwei Zettel in der Hand. Dirty Dogs. Ah, ja. Die muss aber da landen. Bin ich heute schon einmal gelandet. Du bist sieben. Oder was? Nee, sechs. Ich mach jetzt einfach sechs. Okay. Alter, jetzt geht der Stream schon am Schluss. Auf jeder Party zur Triple Athlete. Keiner ist in meinem Stream, obwohl hier an immer noch mein Stream kommt. Ich hab die letzten Jahre aufverkackt. Sehr, sehr oft dafür. Immer sehr viel Glück gehabt. Sehr, sehr viel. Ja, okay, okay, okay. Ja, wir werden heute noch Minecraft streamen. Wer schreibt das denn? Keiner. Keiner hat das geschrieben. Ja, kann das sein? Warum ist jetzt ein anderer Modus? Hä? Oh mein Gott, bist du der Ende Maxi-Fall? Oh mein Gott, der Maxi-Fall. Hallo. Du bist nicht Maxi-Fall. Ja, du bist nicht Maxi-Fall. Nein. Du bist nicht Maxi-Fall. Ich bin Giorno. Oh mein Gott, das ist Maxi-Fall. Ich geh jetzt. Hallo Maxi-Fall. Warum sind wir nicht in Sniper-Modus? Weiß ich nicht. Lass verlassen, nigga. Schön Maxi-Fall. Ich weiß auch. Schön Maxi-Fall. Du bist Fick. Jetzt gerade ein Party. Ich drehe es auf mein Handy drauf und fliege fast auf die Schnauze. Was? Was? Als auf die Handyhülle habe ich getreten. Was? Okay, wo müssen wir jetzt landen? Außer in Sniper-Modus-Walks. Wir müssen in Misty-Modus landen. Ja, okay. Die hatten wir schon. Alle, die wir schon mal hatten, mache ich raus. Dann landen wir eben Korall-Käste. Da gibt es richtig wenig Lut. Ich habe so belitten. SCB, doch du noch. Auf jeder Party zur Trebelle. Ah, stopp. Nicht bereit, nicht bereit. Ich habe vergessen, Sniper-Modus zu machen. Sniper-Modus ist nicht mehr drin. Welcher denn? Trio. Und aus dem Tresor ist drin. Ja, der ist aus dem Tresor. Oh nein, das Duo. Scheiße. Ja, aber Trio ist auch ein bisschen... Ja, wollen wir einfach normal-teams? Ja, okay, normal-teams. Och, Mann, als ob ihr Sniper-Modus... Ey, ihr wollt mich doch alle mal verarschen. Deswegen waren wir auf einmal nicht mehr in Sniper-Modus. Ist so. Ja, Mann, das sage ich jetzt meiner Mama. Alter, die kriegt so eine... Ich rufe jetzt Epic Games an. Mach dein Sniper, hol das rein! Und dann so, okay, nicht aggressiv werden. So, voll! Und dann so, Ey, mach dein Sniper-Modus rein! Okay, du wurdest gebannt. Du hast doch gesagt, ich soll dich bannen. Dein Ernst, jetzt. Warte, bis Melon-Modus bereit ist. Ach so, ach so, ja. Du weißt ja, wo drauf ich warte. Äh, bist du in meiner Leid? Auf Weihnachten. Ich bin dir egal. Nee, du hast nicht meistert was. Du bist nicht Billy Bounce. Ja, ich hab Billy Bounce. Nee! Warum bist du in meinem Stream? Bin ich nicht! Stimmt, hört man gar nicht in deinem Headset. Das ist Lian. Nein, bei Lian wird auch die ganze Zeit ange... Lian hat die ganze Zeit ins Stream geguckt und da stand in Null. Wie ist das jetzt? Ja, aber immer noch eins. Also, wenn du jemals anders bist, dann musst du nicht abonnieren, spiel einfach mit uns, äh, nicht. Aber es wär gut, wenn du nicht abonniert. Nein, Lian, das ist so, ja, mal schreien. Ich bin übernügt ein Walter. Da, wirst du auch mal schützen. Hallo? Red mal noch mal, du krippel Pin. Aber was ist denn mit mir? Wie alt fühlst du? Sechs? Digga, mit sechs habe ich noch in die Windel geschissen gefühlt und kein Fortnite-Gefühl. Haha, ich habe keine Windel mehr. Du hörst dich aber an. Ich habe keine Windel mehr. Lass mich in Ruhe, das ist gemein. Du hast nur Windel an und feuchst dir da rein. Boah, Digga, ich habe Windel auf jeden Fall zu Hause, aber nicht für mich. Nee, ein Gän. Der war doch so dran. Du hast ein Kind. Nee. Das war schon richtig. Dein Oma. Ey, das ist ja normal, Digga. Ich dachte, das wäre der Sniper-Modus. Ja, weil der Sniper-Modus war da rausgenommen. Der wurde gerade rausgenommen? Ja. Oh. Ja, fand ich auch scheiße, ey. Jetzt nur noch Drehung. Scheiße. Oh nee, so Gegner, ich habe keine Waffe. Dein Ernst? Ich habe einen, alle. Ich habe auch einen. Ich bin voll gut. Ich bin voll gut. Ich bin voll gut, denn es gab. Wir bauen eine Zeit, weil ich... Besser und fast jeder bleibt dabei. Oh yeah. Hey! Was? Boah, bist du schlecht als immer eine Großmutter, Becker. Sag jetzt, warum du Windel im Haus hast. Hoppa. Sag mal, warum du Windel im Haus hast. Weil du zu mir hochkommst, das kannst du ja nicht in der Hand. Das kannst du nicht mehr machen. Ich brauche keine Windel mehr. Und wenn du das jetzt so einmal sagst, dann bin ich richtig, richtig sauer. Weil du darfst nie über Rot fahren. Zu schnell. Das gibt nicht mehr Abhängen. Nicht über Rot fahren, Papa. So schnell. So schnell. Du bist so ein Idiot. Du bist nicht ein Führerschein in Lotto gefahren, oder was? Ich muss so schnell zu Lotto fahren für das letzte Tickel. Ist so, Alter. Gefälschte, Alter, die Polizei. Junge, du hast das so schlecht gefälscht, dass du erkannt hast, du kannst sogar ein Schwein. Und wer ist jetzt dieser Einer im Stuhl? Weiß ich nicht. Wenn der den Stuhl ist, soll er auf dem Stuhl schreiben, wenn er nicht Lian ist. Was? Und jetzt soll er heißen Lian. Außerdem hört der mich. Und vielleicht kann der auch gar nicht reinschreiben, weil er nicht angemeldet ist. Oder es ist einfach nicht. Was passiert, wenn ich auf mein Handy jetzt ins Stream gehe? Dann steht da einer. Nee, ich muss jetzt mal ein bisschen. Oh, toll, ich bin gar nicht mehr da in YouTube. Ah, jetzt. Was passiert, wenn ich auf mein Handy jetzt ins Stream gehe? Dann steht da immer noch einer, das muss aber ein bisschen. Hat der Maul, Luca. Hallo? 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 Kann jemand ein Dolph? Kannst du normal reden? Was? Kannst du normal reden? Kannst du dein Headhack lauter machen, weil ich dich nicht verstehe? Ja, ich habe so Scheiß-Kopfhörer geht nicht. Achso. Okay, ich rede nochmal. Was ist denn? Was ist denn? Hast du was? Wenn du irgendwas hast und ich den Krankenwagen rufen soll, sagst du es. Okay, mach ich. Okay, mach ich. Moppy. Aber hat der eine seine E-Bahn als Name oder what the fuck? Du meinst, sie sagt DE3 Kakao? Ja, ja, ja. Das ist mein Freund. Nein. Ist das eine E-Bahn? Nein. Weißt du, was eine E-Bahn ist? Ja, aber das ist mein Bruder, aber sein Headshack ist irgendwie, keine Ahnung, ob es jetzt geht und ja, dann soll er einfach reden. Achso, okay. Das ist mein Bruder. Wie alt seid ihr, wenn ich fragen darf? Also, er ist 15 und ich bin 7. 7? Ja. Boah, hier ist schon mein Bruder und mein Knopfwagen. Achso. Wir müssen schnell tanzen. Pass auf. Das ist halt ein Skulldisches. Aber ich kann zwar so gepackt. Ey, nicht. Voll auf dem Lied. Ja. Ich bin ein Eich. Ich bin ein Eich. Auf. Ich bin ein Eich. Ich bin ein Eich. Scheiße. ich hab ihm einen Heidschack gegeben 1-3-5-Tiger mit dabei Alter, mein Auto ist wirklich ja, ist die 6 ich bin mit ihm boah, das ist shit mein Bruder mein Bruder Luki kannst du reden? Entschuldigung er ist jetzt mein Bruder das ist schön ja er ist voll gut im fort er ist besser als standard skill glaube ich dir ja ja ist das schön Luca nein kommentiert mal bitte hallo gesagt hör doch mal zu ja ey Luca der darf mir nicht hallo der hat ja nicht zu der ist blind auf beiden Ohren der ist blind auf beiden Ohren komm mal zu mir größer wie Dom ja wir müssen ihn jetzt abschieben wir müssen da schnell hin wir müssen ihn schon mal wir müssen ihn schon mal beschädigen wir müssen ihn schon mal beschädigen mach ich schon nicht schießen in der Piste ich bin ich auch ansonsten hä wir müssen ihn schnell abliegen ich weiß keiner zu ich weiß nicht nein haben wir ihn gefällt hallo Wannabe guck mal der heißt Wannabe Wannabe aber Wannabe falsch geschrieben ja ey wie gemein Wannabe wird mit E geschrieben am Ende Wannabe ist cool aber du bist cool und warum hast du nicht ikonik ja weil ich ich habe ikonik eigentlich aber ich will sie nicht aufstehen und sie wird doch das aus Bruder was Bruder nein seid ihr Bruders ja der hat grad voll gut durchgesprochen seid ihr Bruders ich bin noch nicht mal gedacht ich bin gelandet ich bin gelandet und habe auch schon eine abonniere und eine Waffe sie macht so sie macht so die Waffe so piu 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 ja welche Waffe macht das nicht alter machen das ja ich meine alle machen das nicht es gibt doch bei einem einer von da und euch sollten wir ihm helfen der ist weg weg vom Fenster sei ruhig so sei ruhig so sie geht sei ruhig Ich bin auch nicht mal Wannabe. Wissen wir, du hast Wannabe falsch geschrieben. Ja, mein Papa hat's gemacht. Der Juni, der Papa ist ja richtig schlecht, denn vor allem. Hast du, Lian? Ich komme gleich. Jetzt wirst du kein Essen. Lian, du musst ein bisschen leiser sein, bitte. Du bist so gemein, du fakest Wannabe. Die einfach, das werde ich Epic Games nennen. Hä? Das ist doch mein Name, ich darf das. Nein. Ich darf nicht Leute faken. Meine Mama hat gesagt, das darf man nicht. Ja, unsere Mama hat's gesagt. Das Wannabe geht nämlich so. Nein. Wenn du in den nächsten 4,4 Sekunden das Video like und den Kanal abonnierst dann. Dann passiert gar nichts. Komm jetzt. Nein, du bist so ein Fake. Ich sag das meiner Mama. Die wird Epic Games anrufen. Epic Games wird dich wegbannen, dann bist du weg vom Fenster. Hey, was hab ich jetzt gemacht oder was? Du hast ein Name. Ja, darf ich doch oder nicht? Ich zieh ne epische Pramp-Ause an Strudel. Mein ein Account, mein erster Account ist Pookie. Yes. Niemand meldet mich. Nein, das fällt dir auch nur den Namen Pookie. Jaaaa. Ich spiele nicht für Fortnite. Ist so, der spielt nur kurz. Ich spiele Fortnite. Ich spiele Fortnite. Ich spiele Fortnite. Gib mal Pookie Fortnite ein. Äh, Pookie spiele Fortnite ein. Äh, Pookie spiele Fortnite ein. Ich spiele Fortnite ein. Ich kann doch nicht mal deutsch reden, der Idiot. Was bin ich ein Idiot? Du bist ein ganz schöner. Also du bist nicht schön, aber du bist hesslich. Ja, in es bin ich hesslich. Du bist so ein Arschloch. Du fakes, Leute. Ich darf doch fake, Madara! Nein, darfst du nicht fake! Du darfst das nicht. Die Polizei hat gesagt, nein. Hast du Rechte bekommen? Nein! Hast du Polizei angerufen? Ich hab zwei epische Pants. Warum hast du zwei epische Pants? Habt ihr auch beide aus den Strudeln? Weil die will Bobby, ähm, brah. Ja, okay. Ich kann doch nicht mal deutsch reden! Fake Wannabe! Fake Wannabe! Fake Wannabe! Fake Wannabe! Fake Wannabe! Weißt du, wie du eigentlich in echt heißt? Was? Der Baumeister. Ja, bin ich vergriffen. So heißt eigentlich hessliches asoziales Faker-Stück Scheiße. Finn? Warum hast du so wenig HP? Weil jemand mich angefroßen hat. Der hat sich getreten! Nein! Der hat sich mit einer Kugel so Piu-Piu gemacht. Mit einer Kugel? Mit einer Murmel? Oder mit einem Formel-1-Wagen? Formel-1-Wagen. Okay. Und dir ist in deinen Kopf gekommen, oder was? Mhm. Wow. Nicht cool. Darf ich fragen, wie alt seid ihr? Nein. Ja, okay, verarscht. Ich kann diese Stimme nicht so lange machen, einfach. Was ist das denn? Du bist so ein Idiot! Nein. Wir sind so cool, aber wir haben dich verarscht. Ich bin nicht so alt. Du hast gar nicht dein Alter gesagt, du Idiot. Was? Ja, aber ich... Wir sind Brüder, aber ich bin... Ich hab meine Stimme gerade verändert. Ich kann sie auch zu Eiferstein machen. Ich bin älter. Ich bin der mit Eiferstein. Und dann... was? Iiii... Komm, Ohne, du... Hast mich da setzen, du Fäckter! Ja, ok. Ich bin noch nicht aufgefallen. Mir ist doch nicht aufgefallen, dass hier Gegner sind. Die Gegner haben gleich das Toastkot tot! Scheiße! Ach du heiligel! Ich muss kurz eine Qualle essen! Ach du heiligel! Boom! Headshot! Ja, wow! Hat er die Zahnstangen? Einen hab ich! Boah, kannst du mal deine Zahnspange oder was? Oder anders? Der ist da drin! Boah, ich traf keine Ahnung! Oh, Fake Wannabe! Ja! Er ist mir ein Stück! Ich hab ihn 80er gegeben. Und, ähm, zwei irgendwas machen. Er findet die! Oh nein! Oh nein! Fake Wannabe! Kranz verlassen! Schwie weiß ich das nicht! Ja, okay, du Scheißkind! Was hat er gesagt? Irgendwas mit Scheißkind! Ja, ich hab ein, du zu scheiß Kind gesagt! Ach so, du kannst nicht mal Deutsch, Alter! Doch, ist kein Deutsch! Nein, du redest gerade Englisch! Das schien mal deine Zahnspange aus, Alter! Du kannst also erstmal seine Zahnspange ausziehen! Ich wollte gerade auch bereit machen! Ist das ein Fisch? Ich hab die Stau eben auch geflogen! Ich hab die Stau eben auch geflogen! Ich kriege eine Lisa mit Pump, aber kann ich nicht mehr da bauppen! Nein! Nein, echt so nicht! Okay! Was? Nein! 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 Ja! Ich hab die Stau!